Jemand anderes kann dir körperliche Schmerzen zufügen. Mental wird jeder Schmerz von dir verursacht und von niemanden anderen außer dir. Wenn sie dich nicht mit irgendetwas stechen, sie stechen dich mit einem Dolch, musst du weggehen. Du solltest nicht Nord sein. Aber sie sagen etwas und du bist verletzt. Zunächst einmal, warum bist du verletzt? Das ist alles, was ich frage. Wenn du damit anfängst, wirst du von allen weggehen, denn alle werden dich verletzen. Es gibt keinen perfekten Menschen, der dich nicht verletzen wird. Du magst es nicht, in einer bestimmten Atmosphäre zu sein, nicht weil es dir Schmerzen bereitet, sondern weil bestimmte Atmosphären es dir nicht erlauben, effektiv zu sein. Ich möchte etwas tun, aber in einer bestimmten Atmosphäre wird es nicht funktionieren. Also will ich meine Energien dort nicht vergeuden, also werde ich woanders hingehen, aber nicht, weil sie mich verletzen werden. Vielen Dank. Vielen Dank.